Aber wenn die Firma Schakun das jetzt so für Deutschland freigegeben hat, dann kann der Otto-Versand da aber auch nicht viel machen. Wie schälst du denn von denen? Also ich hab hier, glaub ich, noch ein anderes schönes Rad gefunden. Nehm doch auch... Selber Preis. ...richtigen Marke. Ich schick's dir mal. Ja. Du wisst das hier. Hint ihr was an Turtle Beach, Hugo? Hey, Turtle Beach, Rockets, oder, äh, Triton. So, da habt ihr den Ding. Beat Link. Hallo. Hallo. Oh, warte, das ist ein... Was war das? Ein niederländischer. Das ist ein niederländischer oder halt belgischer Freund von mir. Oh. Wieder so ein Otto. Wie viele Autos gibt's bei dir? Gehe. Der wohnt auf dem Berg, da treffen die sich alle. Weil sie eine bessere Aussicht haben. So, jetzt Hexe, 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 Hexe. Hexe gibt Stöcke. Ach, guck, da kommt doch Eisen zu Fortschein. Muss ich halt meinem eigenen scheiß Grundstück nach unten graben, ist sicherer. Da weiß ich jetzt, wo ich wieder nach Hause komme. Oh, Mann. Jawoll. Und dann verheiratet sich. Juhu, ich hab Gravee gefunden. So, jetzt erstmal ins Bettchen legen, damit wir hier, ne? So, ich hab'n Flint, also Feuerstein. So. Ich warte jetzt nur, bis es nicht mehr dunkler wird. Und steht auf dem... Ja, cool, es ist dunkel. Aber dann ist es nicht ins Bett, Link. Ja, aber das machen ja nicht alle. Weil der Hugo verschickt dir irgendwelche... Links. Links. Binder, Höhle, und Creeper. Hey, habt ihr jetzt auf den Link geguckt? Nee, ich bin wie der Minecraft. Ich meine, ich bin wie Minecraft. Ich sag' sonst... Hey, du Scheiß-Skelett. Ich will doch hier keine Nummer zum Schöner-Annahme. User disconnected from your town. Ey, dann wüsste ich jetzt, ob ich das bestellen soll oder nicht. Ja, hol den Triton oder... Turtle Beach und passt schon. Oder einen Rocket. Hol den nur eins der drei Marken, die sind eigentlich immer mit am besten. Alter, das ist ein CSL. Nein. Brauchen wir... Da brauchst du gleich mal weiterlesen, nein. Und CSL ist mein Computer? Nein. Ja, trotzdem nein. Da machen die keine Netzleile rein, da machen die China-Böller rein in den Rechnern. Äh, CSL. Ja, die haben ja LC-Power drin und das hatte ich auch mal drin. Ja, Katze, so knicken. Mein PC hat geil geknackt. Okay, das Rocket Hat ist aber ein Stück teurer. Ja. Ich hab eins von Speedlink. Und wie hießen die anderen Marken? Äh, Rocket, Turtle Beach oder wie heißt das Zweichen, ne? Triton dann auf Deutsch. Triton. Turtle. Das sind mit die Größten und die... Turtle Beach. Mal schauen. Mit dem besten Speedport sind die das auch und... Turtle Beach kriegst du viele günstig. Also das ist ja wirklich keine teure Marke. Turtle Beach ist kompletter Marken, ja. Jedenfalls einem Preis. Günstig, 400 Euro, 500 Euro. Was kommst du da? Ja, ist so... Hey, Hugo, du bist so... Er zählt bloß Computer dazu, oder? Was? Ja, ich glaub auch, dummes... dummes Turtle Beach kriegst du für unter 30 Euro normales. Ja. Ne. Doch. Ja. 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 Hugo, wie hieß du, dass sie auch von Minecraft zu spielen und eben suchen für ihn? Ja, hör mal, hör mal, mach du das mal, Simon. Alter, dann bin ich tot. Ne, du musst dich eh, du musst dich dann auslocken eben. Okay, ich lock mich aus für Hugo. Ey, Hugo, du bist so beeindruckt. Hat geklappt. Das sind sie aber wirklich von 300 Euro oder auch dazwischen. Du bist ein Otto, da, 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 da. Hat geklappt, du mal so, ne? Das ist wieder das Schaku. Das ist ein Tört. Hatte ich meinen Tört? Ich glaub, ich meine... Die Hölle ist an. Äh, ja, ja, das ist Sache. Das, das billigste Headset, was ich sehe, ist 36. Ja, ja, sowas von 36. Also, ich kenne 36 Euro. Ich hab labere von Öl. In der Kasse drin. Warte, dann musst du mal ein bisschen genauer gucken. Was, wie viel Geld möchtest du denn für ein Headset ausgeben? Also, von ihr, das Schakun Rush, das war, das war gut. Vom Preis 13 Euro. Ja. Das sind jetzt nicht da... Ja, okay, aber mit denen... Wow! Wirklich. Ich möchte deinen Russen aber nicht hören. Weil... Geht's noch lauter? Ihm feuert einer. Ja, aber kann er eben... Das kann er eben mute machen oder so, weil es ist wirklich ewig laut. Ich krieg kein Headset. Ich wüsste auch, wie sich das in meinen Ohren anspürt. Ja, dann machst du es weg. Anhört, bitte. Anhört. Anspürt. Sorry, mein OBS lädt nicht. Ich konnte jetzt den Namen nicht läden. Ihr Herz, ne? Also, diese 3697, der meint das Turtle Beach Air Force P11. Nicht wahr, Hugo? Ja, guck mal, was das X12 kostet. Mach ich. Alles für den Hugo, ey. Danke. Der Turtle Beach Air Force... Äh, 3997. Also, ja, das hab ich momentan dran. Und? Ja, ich sag ja, das ist ja auch ein gutes, günstiges Einsteiger-Headset. Ich sag, ich hab unten eins für 179 Euro für die Xbox, also... 179! Ja, was für gute Headset's gibst du massig Geld aus. Da darfst du auch nicht dran sparen. Im Gegenteil. Du hast doch vernünftigen Regler und alles hier. Wir zeigen dir das X12. Und dann... Okay, jedenfalls. Jedenfalls Korbiden-Lose-Lieferung. Warte mal. Kann ich die Jurid zu irgendwas cool machen? Ja, na, du kannst es mehr oder weniger schlafen. So, habt ihr was geschickt? Schaut's ein bisschen besser aus. Ja. Wird ich mal anschauen? Okay. Also, polieren. Poliert heißt es ja dann. Ich hab hier so viel die Jurid. In der Erde. Mach das Fragezeichen da. Wacht ich gerade, was ich tue. Ja, ich brauch grad sagen. Zack, zack. Also, die Jurid. Oh mein. In zwei Stunden am Starten. Kannst du, wie du eine Crafting Table halt mit Kreuz kraftest, im Crafting Table anordnen. Dann mal schauen, was rauskommt. Wenn du willst. Ja, ich mach hier mal eben erstmal, sortier mal das Inventar, weil das sieht scheiße aus. Oder war das eine Spende? 15, 90, 35. 15, 19, 35. Muss ich mal schauen, ob das jetzt ein Follow-Tower oder eine Spende? 15. Das ist dann unterschiedlich. Das ist, dass ich die Koordinaten in der Hölle verreckt bin. Mit sechs Diamanten. Oh. Mit sechs Diamanten, das ist hart. Das war ja nicht in der Lava, hoffe ich mal. Oh, scheiße, jetzt schaff ich den Spur nicht, oder? Ach, viel Herzen. Viel Herzen. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ha. Sechs dir mal. Mal schauen, war das jetzt ein Follow-Tower oder ein... eine Donation? Eine Donation, genau. Ich hab heute schon zwei Donations bekommen, also. Ich hab heute schon zwei Donations bekommen, also. Einmal 2 Euro, einmal 1,50. Ach, heute muss ich wieder lieb, ne? Und es war genau so ein Tod wie hier, äh, ja. Eine Bewahrung. Einmal vom Hashtag Freiheit, einmal von Ungl-Style, immer geil. Das sind Ungl-Fans, falls du dir keine eigene Namen hast. Kannst du die Fansgate auch auswechseln? Wen kannst du auswechseln? Die Fansgate, weil wir ist eine Akkursie. Die Lampen, die, die bleiben unberrückt. Lampen sind heilig. Äh, was mach ich denn? Nein, aber man, das Zauntor, das Zauntor. Oder? War's eine Donation? Ja, nein, nicht. Ich bin gestorben wie Stege bei Varro. Eine Donation war. Es wäre mir eigentlich lieber, wenn es heilig bleiben würde, bin ich ehrlich. Okay, ich werde alles umändern. Denn es ist immer unterschiedliche Halls. Zum Beispiel da, mein... Ach, bei dir ist Akkazienholz? Ja. Okay, es sollte aber eigentlich alles Schwarzeiche sein. Ja, ich wollte auch eigentlich auch hier eine Schwarzeiche heben bauen. Achso, ja, nee, das ist dann in Ordnung, wenn du nicht die... Was denn? Bei mir ist auch Akkazien, aber ich bin zufrieden damit. Äh? Warum das denn? Ich mach mein Haus auch aus Akkazien, deshalb... Ja, Akkazien passen. Ja, Akkazien passen. Wie ist das drauf? Ja. Rendi, es brust nicht so in dein Mikro. Jetzt weißt du, wie es läuft. Ja. Noch nie was von Gewittersturm gehört? Gewittersturm. Alles klar, gehen wir runter. Simon, jetzt hat dir keiner Bock auf die kleinen Mauern, baut 20 Millionen Kilometer weit weg ein Riesenschloss. Ja. Ja, das wäre ja möglich, oder? Ach, ja, dann fliegt er rum. Theoretisch. Baubander, baubander, hast du die World Border umgeändert, oder? Ohne, 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 ist Dortmund hat heute gewonnen, das kann ich dir sagen. War geil. Hast du die Weltbegrenzung geändert, oder nicht? Nein, weiß ich nicht, frag mich nicht sowas. Ich hab dir gesagt, Dortmund hat gewonnen. Hast du das Spiel gesehen? Ja, selbstverständlich, ich hab das Spiel gesehen. Ja, selbstverständlich. Das Tor von Rolls war voll, ja, geklaut eigentlich, von Obermeeren. Das ist nicht, dass man sich die Spiele anguckt. Natürlich. Ich fühle mich, wie normalerweise geht. Baubander, du weißt, dass jetzt einer theoretisch gesehen sauweit weglaufen kann, und das dort, und dort einfach alles machen kann, was er will, und niemand merkt's. Ja, so nix, niemand merkt, ist doch egal. Ja. Da macht er auch ein Sinn. Ja, aber jetzt hier, muss man jetzt aber auch riesen Schloss und alles bauen. Ja, und vor allem, vielleicht wächst das ja alles hier noch. Wann wird's ja immer weniger für alle Spieler. Richtig. Ja, dann kann man immer wieder vergrößern oder verkleinern. Hugo, nur du bist zu Border besessen. Was? Nur du bist so, äh, World Border verrückt. Ja, was du bisher angestellt hast. Also wie gesagt, Hugo, ich hab dir das geschickt, ne? Freizeichen hat wie immer, keine Ahnung, und schlägt mich mit seiner, äh, Pickaxe. Wenn die Seite mal laden würde. Bup, bup. Bäh, auf. Kontra V. Kontra V. Kontra V. Ganz viele Teorit. Kommt so mir. Das wäre doch vielleicht schlau, mich auszuloggen. Vielleicht. Wäre cool. Ach, Quatsch, Hugo. Sonst kann da Simon mich suchen gehen. Mhm. Simon kann doch einfach teleportieren. Ja, ich kann's doch sein lassen. Weder das eine noch das andere. Ach, gib doch zu Simon, du möchtest dich unbedingt. Ah, wo ist der Hugo, wo ist der Hugo? Ja, genau. Man muss wissen, woran sich aushält. Auffällt, damit er nicht irgendeine Scheiße macht. Best mit den Lavaseeporten. Oh, ho, ho, ho. Simon. Ja? Aber erst nochmal, wo sie sein Meerzägen schickt. Bei dem Weg, dass du geschickt hast, oder was ist das kleine Seitending? Zum Beispiel, das hier. Ich zeig das mal grad in der Kamera. So? Warte mal. Das ist zum Regeln, Lautstärke und so weiter. Ah, das ist die Lautstärke. Ja. Jetzt, ich war ja. Bestellen sie innerhalb 44 Stunden. Ja, wegen Wochenende. Ja, wegen Sonntag. Weil morgen wird nix geliefert oder eingepackt. Ey, warum wird morgen nix geliefert? Ist das scheiße. Ist das immer so scheiße. Wird heute noch, also wird am Samstag geliefert, oder was? Am Samstag, ja. Ja, aber wo lebst du? Auf welchem Planeten? Samstag ist ja ganz normal. Ja. Ja, Samstag ist ganz normal, aber nicht Sonntag. Sonntag wird auch nix eingepackt. Ja, und Samstagabend auch nix mehr. Bei uns kommt die um sechs in der Früh oder um sieben. Post. Ja, die muss ja, die muss ja wieder zurück den ganzen Weg über den Berg. Ja. Ja, eben. Mann, ich bin von der Tür gestorben. Die Post ist schlau, die geht durchs Tal. Wie? Die kommt uns aber nicht bei dir vorbei. Doch. Da musst du unten so'n Almhorn blasen. Ah, Post ist da, Hugo. das ist da so die Post kommt da ich bin nicht wirklich ich wohne nicht so hoch wie im Film Heidi also du machst höher aus wie was ist das? ich glaub mal Michael du wohnst ein bisschen zu hoch Hugo du hast so hoch? die Luft reicht nicht für das Gehirn ich fall schon in meinem eigenen Dingsnau und so fett aufs Maul ja und dabei wohnst du nicht immer auf dem Berg was ist deine Ausrede?